Und, was hat Dr. Arendt gesagt? Die Ärzte sind sehr zufrieden mit mir. Morgen werde ich entlassen. In der Firma habe ich auch angerufen und in Warnung gegeben. Sehen wir die zwei Tage hinten dran. Ralf, rede mit mir. Ich merke doch das, was nicht stimmt. Das waren nur Nierensteine. Schatz, mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut. Nein, ist es nicht. Da ist noch was anderes. Du willst es mir nur nicht sagen. Ich habe im Flugzeug schon gemerkt, dass du Schmerzen hast. Aber nein, ständig denkst du dir irgendwelche Ausreden aus. Und kaum kommt der Oberarzt, schickst du mich aus dem Zimmer. Ralf, ich liebe dich. Und ich kenne dich. Ich merke, wenn dich was beschäftigt. Also bitte halte mich nicht für dumm. Sie haben bei mir einen bösartigen Tumor in der Prostata gefunden. Zufrieden? Du hast Krebs? Wann wolltest du mir das sagen? Überhaupt nicht. Ich bin deine Frau, Ralf. Tja, das hast du jetzt davon, dass du einen alten Mann geheiratet hast. Du hast Du Angst. Untertitelung des ZDF, 2020